moin moin ich bin euer flacki herzlich willkommen zu einer neuen folge mein einkauf vom heute habe ich mal einen größeren einkauf gemacht über 50 euro habe ich ausgegeben und ich möchte euch zeigen was ich tolles gekauft habe so als erstes was ich geholt habe für 7,29 euro waschmittel als nächstes für insgesamt 4,30 euro toalettenpapier dann als nächstes habe ich daten geholt dann als nächstes das habe ich nicht gekauft sondern das habe ich auf der straße gefunden eine feindglasflasche bringt immerhin acht cent ein als nächstes zeige ich euch vier mal cashewkerne als als nächstes zeige ich euch babymöelchen als nächstes vegane nuggets da habe ich mir mal von zwei verschiedenen marken raus gesucht als nächstes zeige ich euch vegane brühen so als nächstes wieder von zwei verschiedene marken vegane bratwürste ich zeige euch jetzt drei flaschen cola cola ist übrigens auch vegan jetzt habe ich nur ein artikel und davon habe ich mir sehr viel geholt ihr wisst bestimmt was das sein könnte und wenn ihr deo geraten habt dann liegt ihr richtig aber ich habe mir nicht nur ein stück geholt sondern zählt mit mir mit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 und 10 10 mal deo habe ich geholt so das war mein einkauf vom 14 februar 2020 ich hoffe euch hat dieses schöne video gefallen und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt wartet noch ja 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 ja